Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 13. Wir haben neue Leute rekrutiert, die jetzt hinter uns stehen bzw. sind sie vor uns. Eine Mutter hat ihren Sohn verlassen, wir haben den letzten Part gesehen und jetzt geht es natürlich rattenscharf weiter. Wir wollen die Leute hier noch besiegen. Los, ihr habt ja nichts zu suchen. Ihr wollt uns schaden. So, auf Wiedersehen. Bumm. Da hat niemand getroffen. Ach komm schon. To Snow. Bumm. Ja, irgendwie trifft das nicht so ganz. Heilen brauche ich mich auch nicht. Ich werde anscheinend hier so heilen. Aber wir sind ja auch relativ zügig unterwegs. Ja, jetzt haben wir ja nicht so viel in meine Güte. Letztendlich, ähm... Letztendlich will ich mir auch jetzt nichts aus von diesen Dingern machen. Aus diesen Sternchen, das ist mir total Banane. Ich möchte ja ein bisschen Spaß haben. Nein, ich muss mich nicht... Bumm. Ich möchte schon weg. Na ja, okay, gut. Wir sind relativ gut. Danke, Leute. Weiter geht's. Natürlich fahren jetzt die anderen Leute auch höhere Geschütze auf gegen uns, weil sie einfach merken, dass wir einfach zu krass sind. Hör auf damit. Und das heißt jetzt eigentlich erst mal nur prügeln, prügeln, prügeln auf das Ding. Gucken, dass wir so weit überleben. Werde ich eigentlich nicht mehr, weil ich haltet. Ich muss mich nicht großartig dran selber kümmern. Ich muss aber sehr nett um Libro. Ich glaube, Libro sollte es heilen. So, mal angreifen. So müsste jetzt gleich auf jeden Fall fertig sein. Weil momentan wirklich viel greifen wir an. Ey! Wir sehen, aufschließen ist nicht. Eine Minute. 1,8. 1,1. 30. Zur Vorgabe. No, wir haben Probleme. Keine Brüder. Bleib mal. Ja. 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 I told you, didn't I? Moms are tough. Moms are tough. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Get him home. Please. Hold on! No! 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 Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ah, ah! Oh! 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 Come on! We have to move! Right. So ist Krieg. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich bin auch schon ein bisschen nah an den Tränen. Verdammt. Ich finde das ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Wollen wir schauen, was noch passiert. Das ist ein ganz, ganzes Massacre. Die Leute werden nicht lang genug leben, um auf Pulse zu sterben. Das war die Idee. Was? Sanctum-Logic. Sie haben die Purge geholfen, um eine Gefahr zu verhindern. Ich meine... Warum steigen die Gefahr bis zum Pulse? Warum nicht nur hier raus? Die Gefahr zu verhindern. Die Gefahr zu verhindern. Das war die Purge. Das war die Purge. Die Gefahr zu Pulse. Wie wird die Regierung weggebracht, um so zu holen? Und Sie? Sie wussten, was das passieren? Die Purge war Psi-Com. Die Betriebe, nicht der Gardeon-Korps. Psi-Com... Gardeon-Korps... Soldaten sind Soldaten, ist sie nicht? Pulse Foul C, die sie, die der Le Cid sind die Regen. Sie sagen, einen Soldaten zu zerstören, und du wirklich denken, es wird egal? In welchen Ausbezug er hat? Was? Vielleicht hat er das gehalten. Ich kann nicht schreien. Ich habe ihn selbst schreien. Wie geht es dir? Hm? Ich würde sagen, schreien. Du schreien die Träger? Okay. Lass mich gefragt. Wait. Was? Eine Kampfdrohne, wie mir scheint. Eine Orion-Drohne, wie mir scheint. Besonders erschwert zu schocken, wie mir scheint. Entschuldigung, auf jeden Fall jetzt wieder ein Punk-Eins. Hallo? Geht's dir noch gut? Oh, wir machen wieder mehr Schaden. Guck. Das. Wenn wir noch etwas zeigen, oben sehen wir ja, dass der Schock noch läuft. Wie mir scheint, sind wir verraten worden. Hm. Ansonsten könnte ich es mir gar nicht erklären, warum jetzt so eine Drohne da kam. Was? Was das? Oh. Huh? Angres Patten. – Attention Burge devotees! – Attention Burge devotees! Put down your weapons and surrender your shield! – Your River Full is the will of the people of Cuckoo! Should you attempt to flee, the Sandtag will employ every resource necessary to bring you to justice! This land is no longer yours! Seize hostilities and surrender not once! Sarah! Just what you were looking for. Yeah, right in there. The post file C. Mom! Don't worry. We'll be okay. Mom! Here! It's too much, isn't it? Face it later. Ciao! Hey, wait! You said it made you happy when I smiled, didn't you? But really, I was afraid. I was always afraid. So, how do you figure that post file C is different from the sanctums? All things being equal, I just as soon keep wondering. Time to jump. Yeah, no... Hey! 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 Hang on! What the... Hey! Damn. Hey, não oi! Eu... She can do it. So can we. Uhhh! Uhhh! Uhhhh! Uhhh! Uhhhh! Uhhh... Come on, come on! What about the others? They didn't die. They couldn't have died. Of course not. Hey, get a grip, man! What's wrong with you? Get him home. Get who home? Tells me that. Catch. What are you doing? So what are you afraid of, huh? You're supposed to be the hero. She's waiting there, ain't she? Your lovely bride-to-be? Isn't it about time you picked her up? Yeah. There's our ride. Now you're talking. Oh, good thing. So, wie ich es im Hintergrund schon warmen gesehen habe, mit diesem kleinen roten Ding hier. Get it here. Stand in there, ain't gonna stop us. Was ist es? Oh, Kraftkranz. Was ist ein Kraftkranz? Kranz. Wird für dich? Tatsächlich. Ja, Magie haben wir ja eh nicht, von daher können wir auch diesen Kraftkranz einmal anlegen. Das ist auch ein Speicherpunkt, werden wir natürlich machen. Ja, lauf du schon mal vor. Nein, da will ich gar nicht sprechen. Zack, ja. Spreche schon. Ich bin auch ins Getümmel. Da kämpft doch schon mit euch. Eigentlich müssen sie schon total im Kampf involviert sein. So. Los, los, los. Auf Wiedersehen. Boom. Boom. Sehr gut. Erstmal diese scheiße Linger hier weg. Was ich auch cool finde, ist, dass man so ein bisschen mit der Kamera fahren kann. Sehr geil. Das hätte ich auch gerne bei anderen Spielen. Boom, 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 boom. Du bist schon viel, viel weiter. Bin ich jetzt eigentlich wieder... Ja, bin ich gerade halt. Okay, ich bin da halt. Aber ich glaube, das ist nur so ein bisschen Tutorial-mäßig, weil das ist ja unser Tutorial-Beat, wenn man so möchte. Im ersten Chapter kann man ja wirklich nicht großartig viel machen. Was ich auch wirklich eigentlich schade finde. Aber, ähm, oh, Moment, warte, 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 warte. Ja, genau. Habe mir doch richtig gedacht. Ich finde es schade, dass es eigentlich so geradlinig ist. Also ich hätte mir da auf jeden Fall viel mehr andere Sachen gewünscht. Aber, wenn man mal überlegt, also es sind so viele Parallelen zu, ähm, Windows 7 hätte ich fast gesagt. Final Fantasy 7. Also wir starten ja auch mit Cloud in so einer Art, ähm, ja, in so was ganz mechanischem eigentlich einfach, was wir auch hier haben, wenn man mal so drüber nachdenkt. Dann zuerst dieser... Und dann noch dieser, dieser, ähm... Dieses, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dieses krebsartige Ding, was wir zum ersten Mal besiegt haben dann dort. Auch bei diesem Panzer-Ding. Also ich weiß nicht, wie es in Final Fantasy 7 hieß, aber es ist ja alles sehr gleich, nur anders. Also ich finde, sehr gut anders, cool anders, aber doch sehr, sehr gleich. Ne? Also diese Parallelen sind schon sehr oft zu sehen. Ähm. Gut, wir sind jetzt hier nicht in so einem Reaktor oder was drin, sondern sind tatsächlich irgendwie, ähm, ja, irgendwie in irgendeinem Ort, wo wir dann irgendwo verschickt werden sollen. Letztendlich aber auch hier haben wir es beispielsweise mit Rebellen zu tun. Claude und, ähm, oder Cloud und Barret waren auch Rebellen. Und bevor es weitergeht, dort vorne sieht man nämlich immer wunderschön, dass es weitergeht, mache ich hier auf jeden Fall einmal Schluss. Ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde. Ähm, aber wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Final Fantasy 13. Ich bedanke mich, lasst mir Liebe da. Tschüss.